Jetzt aber ganz gewillig zum Eingehöhnen und immer dran denken, das Mitschaukeln nicht vergessen. Jetzt haben wir uns mal ganz schnell abgehakt, jeder. Jetzt aber, dann nehmen wir den Fuß von der Brünste. Ja wees, dann kommen wir wieder einmal nach der Brünste. Dann fahren wir denn die Brünste Dann nehmen wir das von bei 7,5 am, und dann nehmen wir wieder die Brünste. Alle, aber wir werden dann das von der Brünste, und dann machen wir das von der Brünste, Der ist der Einstieg in der Kampffahrt. Der ist der Einstieg von der Kampffahrt. Alles klar, Leute. Hier ist es schon mal getrocknet, ich würde sagen, wir machen das Ganze nochmal andersrum Was ist das denn? Das ist ein bisschen nicht gewidt. Wie ist das denn? Ja, ich bin nicht gewidt, aber das ist ein Alphi. Ja, ich bin nicht gewidt. Wir werden sehen, dass wir uns auf dem Weg gehen. Wir werden die Wehrer, dass wir uns auf dem Weg gehen. Wir werden die Wehrer, dass wir uns auf dem Weg gehen. Gut geht's! Jetzt liegt alles weiter an euch hier. Habt ihr noch Puste? Bei ihr alle nochmal. Geht das noch lauter. Ja. Leute, jetzt aber alle mal die Hände ganz nach oben. Die Hände mal ganz nach oben hier. Dann packen wir das Ganze nochmal an hier. Scheißig alle. Wir eißen die Gäste noch nach oben, wir sind in den Fuß von der Rente. Wir kraften die Gruppe. Los, los, los. Eine Karte noch hier. Eine Karte. Die letzte Gruppe, die letzte Karte. Juh, juh. Juh, juh. Juh, juh. Juh, juh. Oh, cool. Ihr habt's gemacht, der Armaschine ist ab hier. Ihr habt's, das ist der Landung an.